Zum Thema Umzug selber machen. Ihr kennt das ja, da muss man organisieren, da muss man ein Auto besorgen, da muss man Leute besorgen und dann passiert das ja. Das kennt ihr ja alle. Ich habe keine Zeit, ich habe Bauchschmerzen, mein Oma ist gestorben etc. Eins kann ich euch sagen, fragt mal den Herrn Kalita von UMTL an und fragt mal, wie teuer so ein Umzug ist. Und dann rechne mal aus, wenn du selber machst, was du gespart hast. Vielleicht 20 Euro, 50 Euro, ich weiß es nicht, kommen auf die Größe an. Aber eins kann ich dir garantieren, machen lassen durch Herrn Kalita, durch UMTL, ist preiswerter als du denkst.